70 Euro mehr EM-Rente ab 1.7.2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe das ja in verschiedenen Videos auch schon dargestellt, dass es ab dem 1.7.2024 pauschal eine höhere EM-Rente bekommt für ca. 3 Millionen EM-Rentnerinnen und EM-Rentner. Und jetzt hat die Deutsche Rentenversicherung mal eine ganz, ganz spannende Zahl rausgebracht. Wie die das wieder gemacht haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Deutsche Rentenversicherung hat mitgeteilt, dass es ab dem 1.7.2024 im Schnitt 70 Euro mehr EM-Rente geben wird, zusätzlich zur avisierten Rentenerhöhung zum 1.7.2024. Also wenn wir von den 70 Euro ausgehen sollten oder können oder dürfen, dann ist das aus meiner Sicht vielleicht gar keine so schlechte Zahl. Aber ich finde, wir sollten einfach die Entwicklung abwarten, denn jeder von Ihnen, die von dieser Rentenerhöhung profitieren, also von dieser EM-Bestandsrentenerhöhung profitieren werden, die werden individuell wahrscheinlich mehr oder weniger als die 70 Euro im Monat dann ab dem 1.7.2024 haben werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel